Hallo meine Damen und Herren, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Ihre Chantal, Ihre Wetterfee. Und damit freue ich mich heute ein neues hochmodernes Gerät installieren zu können, um eine Wetterprognose erstellen zu können. Dazu hat sich auch eine Kollegin aus Slowenien zur Verfügung gestellt. Meine Kollegin aus Slowenien. Ja, so, hallo. Ja, wie Sie sehen, ist es hier ein hochmodernes Gerät. Man sieht hier anhand der Füße bei der Kollegin, die schwellen ab und schwellen an. Ja, und anhand der geschwollenen Füße kann man sehen, dass ein rechtsdrehendes Hochdruckgebiet über Deutschland einsieht. Das bedeutet, es wird weiterhin warm sein, bis auf die kühleren Regionen, teils sonnig, teils wolkig und teils niederschlagsfrei. Soweit ist die Prognose für die nächsten Tage erstellt. Es wird auch ein paar Schauern geben, hier und da in Deutschland. Aber da kann man drüber hinwegsehen. Ansonsten bleibt es wunderschön, bevor das linksdrehende Tiefdruckgebiet eintreten wird. In diesem Sinn, einen schönen Tag. Ihre Chantal. Tschüss.